Liebe Geschwister im Glauben, fast jeder Mensch weiß, dass Advent Ankunft heißt, von Lateinisch advenire ankommen. Wir warten, dass das Christkind ankommt. Die Kirchenväter, die frühen Theologen in unserer Kirche, haben von einer dreifachen Ankunft gesprochen. Erstens, Christus ist wirklich als kleines Baby in der Welt angekommen und hat so sein Erlösungswerk begonnen. Die zweite Ankunft, deuten Sie, ist immer dann, vor allem wenn wir Eucharistie feiern. Gott kommt in Christus wirklich in den Gestalten von Brot und Wein in unserer Mitte an und wir empfangen ihn. Und die dritte Ankunft wird sein, wenn er wiederkommt. Wenn er als der wiederkommt, der die Welt richtet, aber wir glauben auch aufrichtet, die Welt erneuern will. Und ich möchte Sie einladen, sich in dieser Adventszeit mal die Frage zu stellen, bin ich eigentlich bereit für seine Ankunft im Sinn von Wiederkunft? Könnte ich ihm freudigen Herzens begegnen und sagen, Herr, wie schön, dass du endlich da bist? Und stellen Sie sich vor, er wird sie mit aller Liebe und aller Wahrhaftigkeit ansehen. Er wird erkennen, ob Sie auf ihn gewartet haben, ob Sie ihn kennengelernt haben. Oder er wird erkennen, dass Sie eigentlich Ihr halbes Leben lang oder Ihr ganzes Leben lang ausgewichen sind, sich damit gar nicht beschäftigt haben, nicht im Glauben gewachsen sind. Ich möchte Sie einladen, sich in dieser Adventszeit dieser Frage zu stellen, ihm entgegenzugehen. Vielleicht, indem Sie bestimmte Gebetszeiten pflegen, indem Sie die Schrift lesen, indem Sie Menschen dienen, vielleicht auch solchen, mit denen Sie Schwierigkeiten haben, indem Sie sich versöhnen mit anderen Menschen. Alles weisen, ihm entgegenzugehen, das Herz weit zu machen, so, dass er tatsächlich kommen kann, wiederkommen kann in Ihr Leben. Und so, dass Ihr ganzes Leben dann immer mehr ein Ausdruck davon wird, dass wir in Gott beheimatet sind und auf ihn zugehen und er wirklich in unserem Leben ankommen darf. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Ihr Bischof Stefan Oster aus Passau Oster aus Passau